Die Politik braucht eine neue Basis, eine selbstbestimmte, eine couragierte, eine liebevolle Basis, eine weltoffene, eine kluge, eine menschliche Basis, eine weise Basis der vielen. Wie wollen wir leben? Wie können wir gut miteinander leben? Das sind entscheidende Fragen in unserer Zeit, auf die es viele Antworten gibt. Eine uns allen gemeinsame Antwort gibt unser Grundgesetz, das sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und zur Würde gehört die Freiheit. Dazu gehören menschliche Begegnungen, eine gewaltfreie Kommunikation, in der wir einander wieder zuhören, in der alle zu Wort kommen und ernst genommen werden. Auch die leisen Stimmen für eine vielstimmige Gesellschaft, die mit ihrer kritischen Intelligenz Manipulation durchschaut und gemeinsam die nachhaltigsten Lösungen findet. Unsere Gesellschaft braucht die Basisdemokratische Erneuerung. Mit uns und mit Ihnen allen hat sie bereits begonnen. Basisdemokratische Partei Deutschland. Die Basis. Die Basis. Die Basis. Die Basis.